Hallo, mein Name ist Nikolas und du hörst Schlafgut mit HIDiPedia. In dieser besonderen Folge möchte ich deine Aufmerksamkeit auf ein Training richten, das auf der Metta-Meditation aus dem Buddhismus basiert. In dieser Meditation geht es darum, sich selbst in einen Zustand zu versetzen, in dem du dir und jedem Lebewesen mit Wohlwollen begegnest. Eine mögliche Übersetzung von Metta ist dementsprechend liebevolle Güte, und um diese zu praktizieren, muss man nun wirklich keiner Religion angehören. Unter anderem schätze ich deswegen diese Übung sehr, denn sie kann alle abholen, die eine liebevolle Verbindung zu sich selbst und zu anderen Lebewesen pflegen wollen. Diese Verbindung assoziiere ich im Star Wars Kontext mit der Macht. Sie ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen. Im Alltag kommt es schon mal vor, dass diese Verbindung, diese liebevolle Güte, getrübt wird, weil ich eine Schutzschicht aufbaue, eine Art Rüstung, die mich wie eine Mauer isoliert. Vielleicht fühle ich mich angegriffen und mache deswegen dicht. Vielleicht hege ich auch einen Groll und bin schroff zu anderen. Oder ich habe, bewusst oder unbewusst, eine Agenda, aufgrund derer ich mich bei gewissen Personen verstelle. Warum auch immer. Ich urteile nicht über diese Rüstung, denn sie ist auch Teil meines Menschseins. Indem ich sie aber erkenne und anerkenne, fühle ich auch ihr Gewicht. Mit dem Training zur liebevollen Güte habe ich die Möglichkeit, die Rüstung abzulegen oder, mit Star Wars gesprochen, die Verbindung zur Macht zu stärken. Es ist ein wunderbares Werkzeug, das mit der Zeit deine Haltung zu dir selbst und deinen Mitmenschen beeinflussen kann. Wenn du bereit bist, möchte ich jetzt mit der Übung beginnen. Finde für die nächsten 10 Minuten eine Umgebung, in der du nicht gestört wirst und setz dich hin. Auf einen Stuhl, auf den Boden, ganz wie du magst. Nimm dabei eine Haltung ein, in der du dich gut konzentrieren kannst, aufrecht und präsent. Wenn du magst, kannst du jetzt deine Augen schließen und ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Versuch dabei bewusst zu atmen und behalte im Hinterkopf. Ein Atemzug ist ein Moment, in dem wir direkten Zugang zum Leben erhalten. In der Praxis zur liebevollen Güte wünschen wir allen Lebewesen Wohlergehen, Frieden und Liebe. Dazu wirst du gleich vier Formulierungen hören, die wir gemeinsam auf verschiedenen Etappen wiederholen werden. Alle Lebewesen, das mag erstmal wie eine Herausforderung klingen und deswegen fangen wir auch beim Fundament an. Die Meta-Meditation beginnt nämlich damit, dass wir uns selbst mit liebevoller Güte begegnen. Ich möchte, dass du nun folgende Sätze für dich selbst mit deiner inneren Stimme wiederholst und verinnerlichst. Möge es mir gut gehen. Möge ich zufrieden sein. Möge ich leicht leben. Möge die Macht mit mir sein. Möge die Macht mit mir sein. Stell dir jetzt als nächstes eine Person vor, die du sehr liebst und die eine besondere Rolle in deinem Leben spielt. Wer ist diese Person, die du mühelos liebst? Wenn du diesen speziellen Menschen nun vor dir siehst, richtet die vier Sätze direkt an diesen Menschen, als würdest du ihn mit deiner inneren Stimme ansprechen. Möge es dir gut gehen. Mögest du zufrieden sein. Mögest du leicht leben. Möge die Macht mit dir sein. Denke jetzt an eine Person, der du im Alltag oft begegnest, zu der du zwar keine tiefe Bindung pflegst, aber trotzdem freundlich mit dir umgehst. Das könnte jemand auf der Arbeit sein. Dein Bäcker, bei dem du morgens deinen Kaffee holst. Eine Nachbarin, der du im Flur guten Tag sagst. Wenn du diesen Menschen nun vor deinem geistigen Auge hast, richte die vier Sätze jetzt mit liebevoller Güte an ihn. Möge es dir gut gehen. Mögest du zufrieden sein. Mögest du leicht leben. Möge die Macht mit dir sein. Als nächstes möchte ich, dass du dich auf eine für dich neutrale Person konzentrierst. Jemand, den du nur vom Sehen kennst. Vielleicht gehst du täglich an dieser Person vorbei, siehst sie durch ein Schaufenster oder auf der Straße. Ein Mensch von vielen Menschen, die uns täglich umgeben, mit Freude oder Sorge durchs Leben gehen. Kannst du die Person sehen? Dann lass uns wieder unsere vier Sätze an diese Person richten, mit all der Güte, die in dir wohnt. Möge es dir gut gehen. Mögest du zufrieden sein. Mögest du leicht leben. Möge die Macht mit dir sein. Vielleicht lächelst du auch schon, wenn du diese Sätze aussprichst. Du hast nun die Möglichkeit zu expandieren oder deine Liebe in einer großen geistigen Umarmung auszudrücken. Gleich wiederholst du zum letzten Mal die vier Sätze und versuche dabei, alle Menschen und Lebewesen, die dir in den Sinn kommen, einzubeziehen. Wie eine Kette von Bekannten und Unbekannten. Lass auch Personen zu, die eher unangenehme Gefühle auslösen könnten. Konzentrier dich nicht auf den Ärger, der aufkommen könnte, sondern erlaube dir einen anderen Blick auf die Menschen. Menschen, die auch Ängste und Sehnsüchte mit sich tragen. Deine Großzügigkeit und Akzeptanz soll in diesem Zustand keine Grenzen kennen. Wir wünschen schließlich allen, möge es dir gut gehen. Mögest du zufrieden sein. Mögest du leicht leben. Möge die Macht mit dir sein. Wir kehren wieder langsam zurück. Öffne deine Augen, falls sie vorher geschlossen waren, und gib dir ein paar Sekunden, um deine Stimmung und deine Gefühle zu ergründen. Du kannst jederzeit zu dieser Übung zurückkehren. Liebevolle Güte ist wie ein Muskel, den wir täglich trainieren können. Danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit dir sein. Mitmachen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit dir sein. Mitmachen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit dir sein. Mitmachen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit dir sein. Mitmachen, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit dir sein.